Herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, ich bin immer noch erkältet. Es ist nicht besser geworden, aber wir ziehen es durch. Oh, ich bin hier jetzt gerade ausnahmsweise bei uns in der Küche. Und wenn ich dabei bin, habe ich ja im letzten Video erwähnt und wahrscheinlich vergessen, drunter zu schreiben. Das sind die Uncaloabos. Da nimmt man 30 Tropfen... wie oft? 3 x 30. Und das ist dann das... Bei Akut. Bei Akut. Und das ist der Hustensaft, von dem ich erzählt habe. Monapax. Und der ist super. Den habe ich schon als Kind immer geliebt. Ach, so wie schmeckt er. Und das sind noch diese Dinger. Ihr könnt ja wahrscheinlich selbst daran lesen, was da drin steht. Hätten wir das jetzt geklärt. Gut. Wir haben gerade 0 Uhr 3 bei uns. Und ich habe gedacht, sei es drum. Drehen wir heute und haben Donnerstag schon das Video. Damit es am Freitag sicher da ist und ich mich dann wieder ins Bett zurückziehen kann. Ich habe euch erzählt, dass ich Internetquatsch mal testen wollte. Und eines dieser Internetquatsch-Dinger war ein Tipp gegen Mitesser auf der Nase oder wo auch immer. Und dieser Trick heißt, man soll erst mit lauwarmen Wasser sich das Gesicht waschen, was ich schon gemacht habe. Und dann soll man es mit Zahncreme einschmieren. Womit wir übrigens hier jetzt auch noch einen Punkt haben. Interessante, uninteressante Infos zu Elena. Das ist meine Zahncreme, die benutze ich jeden Tag. Ich muss dabei. Ja, und dann soll man die nehmen. Und sich ein bisschen was auf den Fingerton. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn ich es mit der anderen Hand mache. Weil da habe ich mehr Gefühl drin. Aber jetzt habe ich es auf der da. Hm, gut. Wieder mal nicht drüber nachgedacht. Also machen wir Zahncreme schmieren. Ja. Mischt. Ich wollte noch einen Tee trinken. Ja, und dann soll man sich das auf die Nase schmieren. Ich frage mich wirklich manchmal, was... Wenn jemand jetzt nur mal hier in dieses Video reinschaltet und mich gar nicht kennt, muss er ja denken, ich habe total den Sockenschuss weg. Ein Mädchen, das sich Zahncreme auf die Nase schmiert. Ja. Und dann wäre es eine klügere Entscheidung gewesen. Ich hätte gewartet, bis die Erkältung vorbei ist. Weil das brennt jetzt wie Sau. Aber es könnte natürlich auch zusammenhängen mit der Minze. Hm. Kleinen Erkältungstipp noch am Rande. Schmiert euch Zahncreme aufs Gesicht. Das hilft. Oh, ich kriege ja nicht wieder Luft. Das ist schön. Ja. Da soll man jetzt einwirken lassen, bis es sich ein bisschen... Ja, ein bisschen... Also bis es trocken ist. Ähm. Ja. Ich trage jetzt blöderweise gerade keine Hose. Und meine Mutter möchte nicht im Bild sein. Deswegen habe ich jetzt ein Problem, weil ich hier richtig Zahncreme am Finger habe. Und ich... Ah. Manchmal hat man doch Glück im Leben. Ja. Ähm. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das so brennen soll. Das heißt übrigens eigentlich in diesem Video oder in dieser Anleitung und so nur etwas Zahncreme auf die Nase schmieren. Damit... Ähm. Aber weißt du was Mama? Das ist jetzt echt bei der vertopften Nase. Ja. Ich lade dich ein. Könnt ihr den Dermat? Ja. Ähm. Eine andere Geschichte, die ich... Wenn wir uns bei der Zahnhygiene sind, kann ich euch noch was erzählen. Weil ich meine, das muss jetzt trocknen. Und ich meine, es ist geschuckt, wenn ich jetzt nur da sitze und total schwelgsam bin. Eigentlich ist es eher fett. Ähm. Ist... Ist... Ja. Okay. Also ist das meine... Habe ich in einem anderen Tipp gelesen, wo meine Mutter gerade für mich testet, weil ich das noch nicht traue. Ähm. Man soll das Öl nehmen und wie Zahncreme benutzen. Aber man muss danach Zähneputzen oder so vor. Weil es ist kein Zahncremeersatz. Nochmal. Kein Zahncremeersatz. Das stand dreimal auf der Seite. Also nochmal. Kein Zahncremeersatz. Ja. Und dann soll man das so nehmen und dann kriegt man wohl mit der Zeit bessere Zähne. Und das hilft wohl auch gegen andere Zahnprobleme. Habe ich gelesen. Ob es wirklich so ist, können wir euch noch nicht sagen. Aber... Ja. Also das einzige was ich sagen kann. In einem Tag nachdem meine Mutter es gemacht hat, hatte sie plötzlich eine Erkältung gehabt. Aber das ist wahrscheinlich voll aus dem Kontext gezogen. Voll aus dem Kontext gezogen. Ja. Ähm. Ja. Was könnte ich euch jetzt noch erzählen, wenn ich hier sitzen muss und dieses Zeug trocknet? Was? Pausentaste. Oh. Ja. Das wäre eine gute Idee. Ähm. Gut. Ich drücke jetzt auf die Pausentaste und dann das nächste Mal, wenn wir uns sehen, habe ich kein komisches Weißes Zeug mehr im Gesicht. Mutti wird es mir wahrscheinlich dann von der Nase so runter schrubben. Und ja. Also. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Also. Ich habe mir meinen Schal zurück geholt, nachdem ich das Zeug abgemacht habe. Und ähm. Ja. Entschuldig. Nase. Es gibt keinen Unterschied zu vorher. Naja. Also. Wieder einmal ein weiteres Ding, wo Elena im Internet gefunden hat, was Unfug ist. Und der einzige Punkt, wo ich sagen muss, was wirklich hilft ist, es macht die Nase frei. Ähm. Ähm. In dem Video stand drin, man soll für empfindliche Zähne Zahncreme nehmen. Also meine ist eher für normale Zähne. Aber ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied gemacht hätte. Ähm. Ich vermute, dass es nur funktioniert hätte, wenn man Zahnbleichende genommen hätte. Aber damit wären die Mitesser nicht gegangen. Sondern damit wären sie nur Racer gebleicht worden. Und hätten damit dann aber keinen Unterschied gemacht. Weil da gewesen wären sie trotzdem. Naja. Also genaueres kann ich wahrscheinlich auch schon morgen sagen. Was ich aber heute schon sagen kann, ist, dass irgendwie unsere ganze Wohnung nach Zahncreme riecht. Ja. Den wollte ich nicht, den konnte ich mir jetzt nicht verklemmen. Tut mir leid. Ähm. Ja. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Freitagabend. Macht es nicht nach, weil am Ende des Tages gibt es auch noch Falten hier. Manchmal meinte ich jetzt hier so drei Falten. Wahrscheinlich, weil die Zahncreme alles ausgetrocknet hat. Falls ihr doch irgendwas für Mitesser wollt, dann... Ja. Da hilft eigentlich, glaube ich, echt nur... Waschen. Waschen. Meine Mutter. Meine Mutter ist da echt hart zu mir. Ja. Aber sonst fällt mir jetzt gerade eigentlich einer auch nichts anderes ein. Außer gelegentlich ein Peeling machen. Peeling. Ähm. Ja. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr geklappt habt, dass es funktionieren kann oder nicht. Wie. Ähm. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben. Oder eine E-Mail an die webbendreatemiteoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Ich gehe jetzt wieder zurück ins Bett und hoffe, dass ich morgen nicht aussehe wie... Wie... Gérard Departieu. Ich tue nicht an dieser Stelle an Gérard Departieu, aber er hat eine riesen Nase. Und ich möchte nicht diese riesen Nase haben. Ja. Also. Drückt mir die Daumen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, dass ich dann nicht mehr so erkältet bin. Also. Eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.